Ok Du siehe hast mich geblockt gefällt Du hast mich geblockt Ich war im Einklemm gsi Michi weiss aber dass er durch die Futsch Vor allem wenn der 3 RKG oder so tankt Hm, weiss ich Ja der hat den Kader von 2 irgendwas, weiss ich weiss ich Der ist aber eher so normal Gsir Ja Der hat ja 2-6 oder so Im Office sind 3 Leute Hast du Parti? Ja Ja genau Einer ist hinten beim Laster Einen Schuss hab ich abgekommen Wie ist das denn? Wie ist das denn? Ach Du Dann wär's dir so weit Ich bin einfach mal Einer ist hinten im Hof Ey die habt ihr so in den Hof Ich kann Hilfe gebrauchen Ihr müsst mich auch alleine lassen. Ich habe bis jetzt nur einen Headshot bekommen. Ganz links ist jetzt jemand. Da! Hat da einen Hacks drin drauf? Ich glaube schon, ja. Wo ist er gestorben? Komm schon Leute. Wenn wir kaum sterben, können wir es noch gewinnen. Achtung, Brädi. Wo ist er? Wir haben uns. Oh, richtig Shotgun hast. Das kann es ja nicht fehlen. Rund start. Ey Brädi, dann nimmst du deine Shotgun mit. Und ich bin normal die Waffe. Und dann machen wir die Fett. Ja. Da hinten beim Panzer ist der eine. Okay. Genau. Das geht nochmal rum, ja. Ich auch. Was ein Hacker. Guckt er durch die Wand der Arsch. Hast du das gesehen, Brädi? Nein. Ich bin schneller mit Shotgun gekommen. Nein. Aber jetzt glaube ich, schon beim ersten Mal gefraxelt. Was ist, Ivan? Da kommt ja gar kein Soll. Winners. Out. Er ist beim Tank. Oh Gott. Ja, es sind Hacker. Ich will keinen Rematch gegen das. Oh, komm. Mach mal fertig. Wieso sind das Hacker? Ja, es fällt an.